Freunde, was war das denn jetzt? Genau sowas habe ich noch nicht erlebt. Unglaublich. Das hier habe ich vorher so noch nicht gegessen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Pottanander unterwegs, mitten aus Frohnhausen. Ja, ich stehe hier auf dem Marktplatz und ja, was zieht mich hier hin? Na klar, Frankis Fleischermeistergrill. Also auf geht's zum nächsten Pommes-Check. So, da bin ich schon. Hinter mir ist Frankis Fleischermeistergrill in Essen Frohnhausen. Ja, ich war noch nie hier. Ich habe selber den Tipp bekommen. Ich bin super gespannt. Ich habe mich hier erwartet. Ich kenne die Speisekarte überhaupt nicht. Und wir checken mal ganz einfach die solide Curvus Pommes. Also, rein da. Freunde, was war das denn jetzt? Genau sowas habe ich noch nicht erlebt. Also, unglaublich. Ihr werdet es nicht glauben, ne? Aber das hier, das hier habe ich so, ich weiß nicht, was er gemacht hat, habe ich vorher so noch nicht gegessen. Was ist mal so passiert? Ich kann euch genau sagen, was passiert ist. Das war, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ich sage euch, wie es ist. Das war ein Sechser im Lotto mit Spiel 77 Zusatzzahl. Super 6. Das hier ist ungelogen der absolute Volltreffer. Heureka, ich habe sie gefunden. Das ist für mich hier, das ist eine ehrliche Pommesbude, wo es grundsolide Currywurst gibt mit Pommes, die ich so noch nie gegessen habe. Frankis Fleischermeistergrill. Es ist tatsächlich ein Meister. Und die Pommes sind ausgemacht und selbstgemacht. Die Wurst, die Soße, der ganze Geschmack, die ganze Textur. Lange Rede. Total viel Sinn. Das ist einfach zum Niederknien hier. Wirklich. So, Essen-Kronhausen, das ist definitiv um mich geschehen. Ich brauche gar nicht weit fahren. Darüber freue ich mich sehr. Fünf Jahre gibt es Fränki schon und ich frage mich die ganze Zeit, wo war ich da? Ich kann mich nur für diesen absoluten Geheimtipp ganz herzlich bedanken. Das ist Netzwerken. Ich habe den Tipp hier über Instagram bekommen. Ich bin einfach sprachlos. So, wo sind die Pommesführer? Wo sind die ganzen Gourmet-Guides? Ich habe auf jeden Fall einen weiteren Tipp für euch. Hier essen Fronhausen, Frankis Fleischermeistergrill. Schmeißt alles weg. Haut euch hin und genießt einfach eine Currywurst-Pommes, die geschmacklich alles andere in den Schatten stellt. Also, das war es ganz spontan von Portananda aus Fronhausen, direkt vom Marktplatz. Und ja, ich wünsche euch einen guten Appetit hier demnächst bei Fränki. Ciao.